gut dann kriegen wir nämlich langsam unser geld und alles zusammen und wir haben platz für den nächsten squad und genug kostenlose einheiten sehr gut dann kann ich die jungs hier mal vom beten abkommandieren kostenlose einheiten ja überfälle kriegen wir auch stimmt ja wir haben den danschen stufenausstieg also mehr arbeiter für uns ein squad so so und der braucht dann noch ein oculus naja zwei oculi werden wir auf jeden fall brauchen ein oculus sehr gut und von den ganzen materialien die wir jetzt haben ein dunkel zwerg schicken wir noch einen trupp auf eine einsam material mission die wäre da oben da unten waren die anderen beiden ok schicken wir truppe einsam material mission schicken den trupp schon mal zum trainieren so und unser fünfter trupp wäre damit auch schon mal fertig nicht nur fehlen die materialien und alles es fehlen noch ja eigentlich 20 materialien so kommen wir auf die 50 materialien die fehlen auch und den trupp müssen wir auch noch aus also ja ich muss noch noch sobald wir genügend materialien haben ich kann jetzt schon mal zum wandeln und den wenigstens drei von ihnen die rüstung verpassen jetzt kommen materialien rein für die zweite schatzkammer beziehungsweise die dritte schatzkammer jetzt habe ich nämlich genau im falschen moment geklickt macht nichts warten wir einfach den moment wir kriegen alle wieviel sekunden kriegen wir alle eineinhalb minuten kriegen wir zeug ich brauche ja nur noch zehn pilze dann kann ich hier die umwandlung machen das geht glaube ich schneller ja dessen kann ich die ganzen squads mal auf pushen darauf hoffen dass bald die letzten pilze kommen aber die müssen jetzt gleich geliefert werden ich habe genug für die letzte schatzkammer juhu das heißt gott 1 kann auch jetzt noch mal losziehen genau für die mission und die anderen beiden squads schicke ich noch mal los genügend materialien besorgen so sind glaube ich jetzt alles kurz versorgt weil produzier arbeiter nach so ich habe zwei punkte kriege ich noch im dritten ja ich könnte noch im dritten zusammen kriegen für den danschen einheiten beschwören einheiten beschwören nee nee so ist das gut denke ich mal ich kann die fallen verbessern genau das hier könnte ich freischalten uns dann gut sein lassen ja sehr schön wir haben gold äh materialien genug um die trupps abzugraden müssen wir warten bis sie eine große heldenwelle eine große heldenwelle rollt auf deinen danschen zu triff vorbereitungen ok überall hierher ja und ich hätte tatsächlich noch was freischalten können zum beispiel maskottchen hätte ich jetzt nicht die fallen verbesserung erforscht so ich treffe gerade vorbereitungen ich schreibe nämlich die letzten squad frei das wird fast schon wieder ein fernkampf squad so alle einheiten hier an die ecke wir bereiten uns auf den auf das eindringen der großen heldenwelle vor die trupps sehen alle gut aus der trupp level gerade ab oder auf so dann opfern wir den mal was für die aggressivität und gut ist das wir könnten theoretisch auch die dann schon jetzt erstmal weiter erkunden den gegnerischen aber ich glaube ich war die heldenwelle erstmal ab so viel zeit haben wir ja so viel zeit muss sein schicke ich halt noch mal kurzen trupp los materialien holen und trupp 2 holt da mal materialien ein ingenieur und eine hochhelfe dann können wir nämlich den okkul ach so die sind schon alle ausgerüstet vollständig aber dann können wir wenigstens noch die beiden fallen platzieren noch eine matschfalle hier und hier von mir aus eine giftfalle oder noch hier eine matschfalle vor dem vor der schatzkammer die leer ist gab übrigens da einen löwen mit einer krone auf der schatzkammer in jeder schatzkammer eigentlich so können wir schon mal gar nichts machen jetzt können wir was machen jetzt können wir hier schon mal eine häxlerfalle installieren und jetzt ist es nur noch eine minute bis zur großen welle die liefern wir dann nochmal genug material und hier dürften eigentlich keine helden vorbeikommen ohne dass sie platt gemacht werden jedenfalls so alle truppen ausgerüstet ihr könntet wieder aggressivität gebrauchen so sehr schön wahlhof meinen neuen imp mittlerweile habe ich das auch ein bisschen raus mit den imps opfern so noch knapp eine minute bis zur heldenwelle und dann machen wir hier drüben im dungeon weiter ich werde mich wahrscheinlich hier hin porten und dann hier durch fuseln und dann hier oben erstmal alles machen wahrscheinlich erstmal mich hier hoch moschen die neben quests machen und dann sehen wir weiter 29 28 27 23 22 20 ich könnte doch 10 mehr einheiten in meinen dungeon als reserve packen aber ne ich glaube nicht dass das notwendig ist aggressivität steigern bei den beiden heldenwelle eingetroffen ja da kommen drei mega trupps an helden gut die teilen sich schon mal auf vielleicht laufen die ja die lassen sich schon mal schön betäubten so erster tod noch einer tod und jetzt drauf auf die laube ja tötet tötet ruhig meine imps die kann ich locker nach produzieren genau und jetzt sind alle tot oder ja es sind alle tot also geht es hier schön weiter da unten sehe ich schon mal eine truhe sind hier irgendwo solche kgd agenten nein ich muss aufpassen dass ich nicht aus Versehen mal kgp sage das ist dann noch ein bisschen was anderes 25 schätze sehr schön ok da geht es jetzt hier oben weiter denke ich mal oh kgd agenten stufe 3 kgd agent kommt die kriegt ja jeder genau so und dann erstmal hier lang hier sind zwei ziele für mich aktiviere den überbrückungs mechanismus das scheint der hier zu sein so überbrückungs mechanismus kgd agenten 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 köder kgd agenten so was hat mir das jetzt gebracht r kgd agenten